Leute, wie ich bin heute Lucky Block, wenn du hast mit Ente... Leute, wie ich bin heute Lucky Block, wenn du hast mal wieder mit Nick. Was geht? Oh, ne Ente, hallo. Oh, ne Ente, was geht, oh Mann. Ich vermisse ihn. Leute, Ente ist auf dem TS, keine Sorge. Wir können nicht move, wenn ihr wollt. Wollt ihr nicht, oder? Okay, Leute, guckts. Was ist das, Leute, und dann muss Ente. Leute, guck mal, wir haben... Ihr seht es. Ich hab die ganzen Hände voll, Alter. Ich auch. Wir haben so viele Barriers. Es heißt, dass wir hier am Ende nur noch einen Slot frei haben. Und die spielen heute mal wieder Lucky Block, Red Wars. Viele haben es sich mal wieder gewünscht. Ist eigentlich auch sehr beliebt. Mach auch übeln Speis. Ente. Oh mein Gott. Nick, bist du bereit? Ja, ich war echt zufrieden. Ente. Ja, für Ente. Wir machen das Video nur für Ente. Ja. Ja, nicht für die Zuschauer. Ja, für die Zuschauer und für Ente. Weil Ente ist auch ein guter Zuschauer von uns. Ich dachte, wir laden das Privat hoch und schicken es nur Ente. Nein. Soll ich rüber gehen? Ich hab in Chat geschrieben, kill Rippax. Ich bin so dumm. Ich denk zu viel an Ente. Okay, ich nehm raus. Okay, ich kann nur die Emotions, glaub ich, rausnehmen. Ja, ich spiel's ja gegen die gar nicht. Lol. Ja, irgendwie soll es gehen. Zwei Hände gibt's ja auch nicht. Wir spielen wieder in der 1.8-Version, Freunde. Ähm. Macht das Sinn, Alter? Ja, wir schaffen's. Keine Sorge. Oh, nein. Wir können nur... Ah, nee. Wir hatten ein Update. Ich hatte damals ein Update mit Ente. Und zwar können wir jetzt jeden Lucky Block... Jeder Lucky Block ist mit Lack 0. Das heißt, wir können jeden Block 25 Mal holen. Das geht easy. Warte, aber... Warte, wir haben auch eine Energies. Ich würd sagen, ich leg erstmal die Hälfte weg. Dürfen wir die Energies benutzen? Ja. Ja, doch, 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 doch. Ich spiel ja trotzdem mit 1.8. Okay. Welchen Lucky Block holst du? Komm, ich probier mal wieder Omega, weil der war etwas neuer. Also hab ich lange nicht mehr benutzt. Ey, oh, ich krieg direkt Pech. Geh weg, du Hände. Bitte. Geh weg, du Hände. Die Hexe kennt mich. Okay, hab die Hexe. Okay, ich hab neunmal Omega... Okay. Ja, nochmal was Böses. Wow, bin tot. Ein Stück Kohle. Mann, Alpha. Ich hab ein bisschen fliegendes Pferd. Nein. Lol. Kopf bekommen. Zieh ich an. Ich hab ne Schaufel, Mann, Alpha. Ich krieg nur Scheiße. Ja, T, T, genau. Hä, es explodiert nicht. Glück gehabt. Wieder ne Hexe. Okay, ich mach den Lucky Block nie wieder auf. Der ist so schlecht. Alter, ich hab ein fliegendes Glattpferd, was auf mich schießt. Ja, war bei mir eben auch. Hey, und ein Block Erde, Mann, Alpha. Ja, ich geb mir Mühe. Nee, du willst mein Leben kaputt machen. Nein. Ein Willenschein, der handelt. Ja, der handelt nicht so gute Sachen. Hier im Wandel. Noch ein Lucky Block hab ich. Ja, ein Slime. Okay, es reicht, hallo. Nein, ich probier's lieber nicht mehr. Ich hol jetzt ne andere. Das war Reine. Hä? Wo sind meine Villager? Ah, ich musste reconnecten. Okay, sind wir da. So. Mann, Alpha, ich krieg nur Schaufel. Welchen Lucky Block hast du geholt? Ich hab Spiral bekommen und ich hab jetzt einen Emerald Block bekommen. Das war ganz cool. Ja, komm, ich hol mir Mix. Oder sind die nicht gefährlich? Jeder Lucky Block ist bei Lucky nur ungefährlich. Egal. Hä? Ja, ich find's ehrlich gesagt ein bisschen zu spannend. Ich halt die Spannung nicht aus. Können wir das vielleicht ändern? Nick, hör auf. Okay. So, komm. Ich will um Pilots. Bitte. Endlich mal Rüstung oder so. Ja, TNT, ey. Okay, die Challenge ist, glaub ich, viel zu hart, dass sie noch Lack Null sind. Glauben, das wird... Oh, endlich ein Item. Ab in die Enderchest. Sonst schnell... Oh, verklickt. Ups. Ja. Ja. Endlich ein richtig gutes. Oh, noch eins. Enderchest. Äh. So, hör damit. Rüber. Äh, es geht. Ich konnte mit klar, dass wir nur ein Slot benutzen können, glaub ich. Ja, ich hab mich auch dran gewöhnt. Aber ich weiß nicht, welchen Blöck ich auch machen kann. Äh, kannst du mir vielleicht noch einen empfehlen? Galaxy? Ja, ich mach mal Mix auf. Ich mach den grad auch auf. Ich krieg ja eigentlich voll gute Sachen. So, den Held brauch ich nicht. Ich meine nix. Okay, jetzt hab ich die negative Diamanten. Tu ich mir auch rein. So, eigentlich gute Sachen bekommen. Äh, aber ich hab keine Albums mehr. Ich muss zur Mitte. Nein. Okay, dann baue ich jetzt Komme ab. Äh, es wird kompliziert. Aber ich... Nein, wie krieg ich denn die Commelstones? Ha? Ja! Äh. Das ist voll die schwierige Challenge. Ja, was? Hä? Äh, du hast gecheatet. Ich hab außerdem Shift gedrückt und ab. Da hab ich das bekommen. Ich hab wieder weggemacht. Sorry, bitte nicht Ende sagen. Ich sag's nicht Ende. Okay, Leute, wir haben gerade den Server restartet. Wir hatten einen Fehler. So, jetzt gib mir doch mal Commelstones. Zack, direkt zwei Stück. Bitte, mach den Server nicht kaputt. Okay? Ja, sorry. Ich war einfach richtig sauer auf den Server. Ja, kann ich manchmal verstehen. So, da gibt ja eigentlich die besten Drops und so, ja. Ja, ich hab einfach mich nicht im Griff. Tut mir leid. Einfach poppum. Kein Problem. Hä? Hunderböckchen-Nordlich. Was? Boah, und echt so? Hä? Ey, ich schaffe es. Ich glaub's nicht. Kommst du in die Mitte? Hehehe, ja! Nein! Ah! Oh mein Gott, bin ich dumm. Okay, so. Mann, aber wie soll ich Commelstone abbauen? Ja, wow, jetzt bin ich in der Mitte, wie baue ich das ab? Ja, ich muss dir was einfallen lassen. Ich mach jetzt meine letzten acht Shade-Blöcke auf. Du hast Shade-Blöcke geholt? Ey, du cheatest. Ich seh das im Chains. Mann, woher kommt das so? Warum hast du OP? Wer hat dir OP gegeben? Du, vor drei Jahren. Habst du jetzt weggenommen? Geiße. Das shootest du. Du bist ein Hacker. Ich hab noch nie getweetet in Videos. Nein, ich wollte Steuern drücken, um den ganzen Stack zu droppen, Mann. Hör auf, Kombinationstricks. Ey! Wieso? Wieso? Wow, Nick. Danke, jetzt bin ich gestorben. Danke. Mann, ich wollte nicht die ganze Zeit mal alles kaputt machen. Sorry. Ich weiß nicht. Die ganze Rüstung ist weg. Wow. Ey, wie soll ich das hier auch abbauen? Ey, das ist so eine schwierige Challenge. Wie soll man das schaffen? Ey, ja komm, flieg. Bitte bleibt oben, bitte. Mann. Meine Flincher sind tot, außer einer. Und ich hab eh keine Emroids. Du musst re-connecten. Ich seh die. Das ist ein Bug. Oh, okay. Ey, ich glaub, ich schaff's. Ey, ich komm, ich komm klar. Warum bin ich auf dem Boden? So. Warte, ich guck. Ah, hey, Leute. Seid ihr? Was geht ab? Ey, es funktioniert. Es funktioniert. Ja. So, her damit. Komm, komm, komm. Ja. Na, warte, Alphapopo. Nein, wie komm ich zurück? Wie komm ich zurück? Ich Idiot. Nein. Nein. Ich bin... Geh weg. Ey, das war der Emroids. Bitte. Nein. Ich muss runterspringen. Ich komm, ich witz. Ich werd dir alles wegnehmen. Dein Bett. Ente. Warte, das ist meins. Alles, was dir heilig ist. Du willst mir eins wegnehmen? Ja. Oh nein. Wir haben privat geredet. Oh nein, bitte. Ich brauch Blöcke. Ich hab... Ich seh meine Löcher auch nicht mehr gerade. Egal. Oh nein. Aber warte. Nein. Alphapopo. Nein. Bitte. Oh nein, du Flot. Oh nein. Ja. Nein. Ja. Gib die Emroids. Oh mein Gott, es war so spannend. Mann, ich wollte die. Bitte. Okay, wollen wir teilen? Gib Hälfte. 50-50-Deal. Was willst du zu... Nein. Du Hund. Ja, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ich bin gerade zu doof. Womit hab ich mich gerade rüber gebaut? Alter. Alphapopo. Ich bin zu dumm. Ja. Alphapopo. Hab ich sie gedroppt? Hast du sie gedroppt? Wir haben Keep Inventory an. Ja, eigentlich ja. Nein, du Blömer. Nein. Hey, wo bist du hier? Hör auf zu klauen. Ey, du Junge. Ja, fünf Stück hab ich bekommen. Klauze immer meine Esel und jetzt meine Emroids. Deine Esel? Ja. Mäh. Mäh. Mach mal Mäh. Mäh. Mach mal I. I. Mach mal A. A. Mach mal Mäh. Ente. Ente, was geht? Ähm, okay, jetzt bin ich unsichtbar und jetzt komm ich rüber und nimm dein Bett weg. Ehrlich? Ja. Okay, viel Spaß. Treff ich nicht? Nee. Ja, doch nicht. Warte. Mann. Aua. Nein, du überlebst. Nein, Duplo. Hör auf. Oh ja, Duplo, ja. Bitte, Duplo. Duplo, bleib weg. Was willst du tun, hä? Bitte, Nick. Ich, ich kann nichts. Wir haben Keep Inventory an. Du behältst deine Rüstung. Guck mal, ich hab nichts. Ich hab nur die Spitzhecke. Oh. Äh. Du hast mich jahrelang unterdrückt. Bitte, Nick. Aber jetzt, jetzt werde ich meine Rache gegen dich planen, Alfa Popo. Nick, warte, ich muss dir kurz was kaufen. Nee, du weißt. Äh. Okay. Ja. Gibt es dir ein Problem? Ja. Das hab ich bekommen. Alfa. Danke. Komm, du musst dir noch ein bisschen Zeit geben. Du weißt, es ist viel zu schwört in die Challenge. Nick. Okay. Alfa, aber gib mir. Ey. Ja. Alfa. He he. Was hast du davon, du frech sagst? Gleich wirst du sehen. Wollte ich nur verschonen. Und du hast mir wehgetan. Du liebst. Mach, Slashkill. Okay. Ohne Ente. Ja, voll, jetzt hab ich 46. Danke, Alfa. Ah, du behältst deine Rüstung, ne? Nein, ich bin im Gefängnis. Ich bin... Oh nein, ich mach meine Rüstung wieder ausgezogen. Hab mich kurz gekillt. Es ist so, dass du lange... Ey, bleib weg. Sie sind gerade alle meine Items runtergeschwommen. Ey, ich glaub es nicht. Ja, hast du verdient, weil du so gemein warst und unfair. Ey, alles einfach weg wegen diesem blöden Gefängnis. Wo sind die Villager? Jetzt kommt dein Ende, Alfa Popo. Denk nicht. Ah, wir haben eh Kippen, Toei. Okay. Ja, aber ich hab nix mehr, Mann. Ja, aber du bist auch Villager. Ja, ich geb dir gleich Emroids, Bro. Warum? Ja, wenn du keine mehr hast. Nein! Hast du alle Emroids gedrofft? Ich hatte nur zwei dabei, zum Glück. Ja, gut so. Gut so, du Klo. Ich kann dich auch angreifen, wenn du willst. Lass mich einfach was kaufen und dann ist okay. Okay, komm, geh rüber. Ich bin speziell in der Zeit im Bett. Bitte nicht. Bedrush. Alfa. Hang Abstand. Ich bin Alfa Popo. Der Echte. Ich bin Nück. Freiherr von... Lass mich bitte. Ich muss eins zielen. Ich muss Lucky Blöcke kaufen für Unterhaltung. Alfa, es muss irgendwann zu Ende gehen. Wir haben beide nichts mehr. Wir sind arme Männer. Ich gebe dir die Hälfte, komm. Da, nimm. Danke. Schnell, das ist viel zu schwer. Ich kaufe den hier. Ja, da kam nichts raus. Okay. Yeah! Nein, Alfa. Nee, ich gebe mich nicht zufrieden. Warte. Oh, nein. Wir haben jetzt Slots, um Rüstung anzuziehen. Und die will ich auch mal nutzen. So, die letzten schönen Blöcke. Bitte. Einmal Glück haben. Bitte komm. Oh, die Yu-Gi-Oh-Karte. Wo bist du? Nicht, nicht, ähm, hier. Gibst du doch. Ja. Wir süßen alle meine Items weg. Ha. Komm, du hast doch irgendwas geh'n. Oh, ich habe eine Idee. Siehst du mich, Alfa Popo? Ich bin auf dem Weg zu dir. Oh, ich habe gecheatet aus Versehen. Ein Lucky Block. Ja, siehst du, du Schwein. Ich hör auf. Ich benutze dich. Alfa. Guck mal, siehst du schon mein Schwert? Nick. Ich bin auf dem Weg zu dir. Es kann nicht sein. Die Challenge ist viel zu schwer. Rüstung. Komm, mein Mann. Ich habe keine Angst. Nein. Ich mache dich jetzt kaputt. Leute, das ist Lacken, wenn ihr mehr von der Challenge wollt. Ich glaube, das war es jetzt schon mit dem Video, oder? Nee, warte, ich brauche doch dein Bett. Wie komme ich hier hoch? Nein, warte. Ha. Du lebst noch? Ja, ich esse die Zwiebel. Welche Zwiebel? Ich habe mein Schwert wieder. Ha. Jetzt kriege ich dich. Nein, ey, ich komme nicht mehr hoch. Nein, und du hältst meine Hitze aus. Nein. 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 Naruto One, let's go. Ich werde Chef, Freunde. Ich glaube, ich schaff's. Nein. Wetter, Bett. Nein. Schmeiß runter. Ha. Ist weg. Ist auf dem Boden. Habe ich weggeschmissen. Mein Bett, ist es weg. Ja. Siehst du mich, Alpha? Äh, nein. Äh, okay. Ich werde über dich rüberspringen. Ja. Nein. Ich nehme dein Bett und deine Ehre. Das ist so irrenlos. Und dein Esel. Nein. Nein. Ja. Gewolle, Leute. Das klang immer mehr von sowas wollen. Das Video kommt heute wieder dran. Tut mir leid, aber wir sind jetzt erwachsene YouTuber geworden, falls ihr wusstet. Ja. Spaß, okay, nee. Ich schaff's einfach nicht, es früh hochzuladen. Und deswegen kommt immer auf den Tag später Videos. Aber egal, Leute. Hier das Locken, wenn ihr gefeiert habt. Schaut mal nicht vorbei. Ja. Und dann würde ich sagen, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.